Guten Abend beim Wetter. Ja, so eine herbstliche Hochdrucklage kann manchmal ganz schön unfair sein. Auf der einen Seite gab es den hartnäckigen Nebel und das bis in den Nachmittag, wie hier am Podersdorf am Neusiedlersee. Absatz des Nebels gab es dann aber viel Sonnenschein, wie hier in Vorarlberg am Kopsstausee. Strahlender Sonnenschein. Ja, und in so einer Tonart geht es auch morgen weiter. Am Vormittag haben wir viel Nebel, aber der Nebel, der lichtet sich dann rasch und dann scheint die meiste Zeit die Sonne. Bis auf den Osten, da kann er länger hartnäckig sein. Und im Süden, da beginnt es dann vom Rettikon bis zur Villacheralpe zu regnen, dann am späten Nachmittag. Aber es bleibt vorerst noch mild, Temperaturen liegen bei 18 bis 24 Grad. Am Mittwoch klingen dann letzte Schauer ab, die Sonne scheint dann vorübergehend, es ist eine Spur frischer. Am Donnerstag geht es dann in gewohnter Weise mit viel Sonnenschein einerseits, aber andererseits auch nebelig trüb weiter. Nächstes Wetterupdate dann um 19.54 Uhr. Bis später. Guten Abend beim Wetter. Bei so einer herzlichen Hochdrucklage kann das Wetter ganz unterschiedlich sein. Zum einen haben wir den Nebel und auf der anderen Seite den Sonnenschein und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Temperaturen. Und wir hatten einen Sommertag und zwar in Mariazell, in Weiher und auch in Erwald, zum Teil mit aufgerundeten 26 Grad. Ganz anders in allen Steig, da hat es die Sonne heute nicht geschafft. Unter dem Nebel nur ganze 12 Grad. Und mit dieser Tonart geht es auch morgen weiter. Wir starten mit viel Nebel in den Tag. Abseits des Nebels ist es aber von der Früh weg schon relativ sonnig. Und am Nachmittag, da ist es dann fast überall bis auf den Osten die ganze Zeit sonnig. Und im Süden, vom Rettikon bis zu Villacher Alpe, beginnt es dann am Nachmittag zu regnen. Es bleibt dann noch vorerst mild. Die Werte liegen bei 18 bis 24 Grad. Und dieser Wetterumschwung macht sich auch auf den Bergen bemerkbar. Morgen haben wir noch zweistellige Plusgrade und am Mittwoch wird es schon deutlich kühler bei nur 4 Grad. Ja, am Mittwoch, da klingen dann die restlichen Schauer ab. Die Sonne scheint und es wird aber vorübergehend eine Spur kühler. Am Donnerstag setzt sich dann wieder gewohntes Herbstwetter durch mit viel Nebel einerseits, aber auch viel Sonnenschein auf der anderen Seite. Das Wochenende wird aus heutiger Sicht wieder ein bisschen wechselhafter. Aber weiterhin recht mild. Hier geht es weiter mit der ZIP 20. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernseher mit ORF 1.